Ich habe quasi gar keine professionelle Bühnenerfahrung. Ich hatte einen Auftritt in einem Club in Hamburg und ansonsten ein paar Auftritte in Tapasbars. Ich hoffe, dass ich auf der Bühne nicht umfalle. Ich hoffe, dass ich vor Zittern den Mikrofonständer nicht umschmeiße. Und ich hoffe, dass ich meinen Text nicht vergesse. Jetzt geht es um die Wurst. Oh, mein Gott. Oh. 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 Vielen Dank.